Alter, ich hab 21,5 Ich hol mir den Revolver jetzt, ne klar Glaub mir, hier, also Bei mir ging er gerade, mal gucken, ob ich hier der Ne, ich hab leider keinen hintereinander Oder, oder, oder Alter, ich seh gar nichts Ja, ist verschwommen, ne Ja Achso, das ist gut Ah, ein dritter ist gekommen Komm Ja Oh, die geile Grabe Ja Oh, ich hab schon eine Task Hier kann man die Waffen aufkriegen, eigentlich Oder? Bitte? Hier kann man die Waffen aufkriegen, ja, ja Ich glaube nicht, dass, dass du hier leveln kannst gegen Bots Kannst du nicht? Mal gucken, ob sie am Ende zählt Ja, ich hab die Stimmen aus, jetzt sagen die irgendwas Mal gucken, ob das die Task auch, ob ich bin, ach ne, Sidearm Kills war ja auf Dings Ja, wir müssen das hier beschützen Ah Alter Aua, ich bin bis tot Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab nur noch 100 Ich hab nur noch 100 war gar nicht so schlecht lustig also ich hab jetzt noch mal 344 mit dem ja ok dann habe ich dann auch noch ah hier ist muni ja hier kann man sich immer wieder nehmen du scheiße ich lebe ihn wieder beide tot hey revivet mich du musst mich hinter die hinter die alle hinter die ja 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 Ich bin tot Nein, drei HP Kannst du dir da Mund hinlegen? Ja. Das ist ja easy mit Mund hinlegen. Das war aber knapp weit. Fast alle tot, Alter. Ach, wenn wir auch noch Kanaden haben. Hey. Kann ich laufen? Ja. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Scheiße. Gut, Mund. Oh, was ist denn? Alter Schwede. Ohne Halt. Ich will das TV spielen. Ohne Halt. Ich will das TV spielen. Ich will das nochmal fertig werden. Ich meine, mit den Zehn Krills haben wir schon, ne? Ist das der Endboss? Schnell verteilen. Wir müssen die Kleinen erstmal ficken, die jagt euch. Ich hab ihn fast getötet. Ich hab mein ganzes Hulti auf ihn gehauen. Nein, ich bin tot. Ich rette mich selbst, ich heil mich selber, alles gut. Kommt noch nicht, ich bin tot. Ne, ne, du lebst nicht gut. Ja. Das Ding ist, er braucht sich immer wieder so einen Schutzverlauf. Ja, ja. Ist der Tod, ne? Ja, ja, ich kann grad... Oh mein Gott. Der andere ist grad nicht gut. Ja, aber der andere... Wie lange ist denn noch bei dir? Bei 15 Jahren? Kein 15, 15. Nein, ja. Nein, ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine Muni mehr. Ja, ich hab keine Muni mehr. Ja, das ist ja... Da muss viele bewegend bleiben. Ja, das ist ja... Obwohl viele bewegend bleiben. Er hat wieder eine Wüstung. Ich bin tot. Oh nein, ich hätte meine Drohne sitzen müssen. Achso, wir kommen in 8 Sekunden wieder rein und überleben. Aber das schafft er nicht allein. Ey, wir müssen diese Stacheln kaputt schießen, weil guck mal, die machen Damage. Weil wie er rennt. Komm, wie lange hast du noch? 30 Sekunden, ne? Oder hast du noch mehr? Das schafft er nicht. Weg ist er. Er ist zu langsam. Der holt mich. Ich hol dich gleich mit meiner Autodrohne. Ja. Mach's mir. Sehr gut. Jetzt alles auf ihn. Wir haben ihn gleich. Okay, jetzt sind die Kleinen. Alle hinter dir. Ich hab keine Ahnung. Ich hole ihn mehr. Alle gemessert. Ich hab alle gemessert. Ah, ich war ja nicht überlebt. Ich hatte keine Muni mehr. Nur noch ich. Komm mich schnell hoch. Komm mich schnell hoch. Ja, warte, warte. Ich hole beide. Wir haben, glaub ich, alle gefickt. Ja. Ey, ich hab den so hoffentlich immer wieder geil gemacht. Alter, du musst mich der Muni holen. Achja, wo ist das? Ja. Hey, komm weg. Ich guck mal. Du bist ja voll. Wolle ich CSFK oder was? Ich hab vergratet. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Aber er ist geil. Aber er ist geil. Er war schwer. Muss ich auch passen. Jack, mein der entlang geht die Kack. Oh mein Gott. Der wurde zu zweit wahrscheinlich. Er ist wieder da. Alles gut. Mhm. Also das. Also das. Schieß doch mal ein bisschen. Über hier. Wenn man da auch so denkt. Also der Waffe. Wenn das geht. Oder so oder da. Das sehen wir ja gleich. Oder mal da hinten sind welche Tricks ich finde. Da sind wir gar nichts. Ja, kommen wir ins Grenz. Hä? 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 Ich seh'n die noch. Mal hier lang. Lul, die kommen voll die Staffeln raus. Noch ein Backballen, alter. Ey. Ja. Ich glaube wir können hier mit dem Ding fliegen. Vorsicht. Öffne das Ding. Okay wir müssen wieder beschützen. Achtung. Scheiße. Jetzt kommt dieses Sniper, alter. Ich bin blind. Mach mal ein Cluster Strike drauf, alter. Mach mal ein Cluster Strike drauf, alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin jetzt in der Cluster. 21 HP. Ich muss mal kurz kurz spielen. Also Matt ist tot, aber ich belebe ihn. Vorsicht, Sniper an. Hey, neben uns! Digga, die werfen Granaten. Das ist das Problem. So, was müssen wir jetzt machen? Guard the data drive. Immer noch. Kurz mal Muni nehmen. Ach so, sie ist am Labern da. Ey, kommt hier! Tester, bist du? Hier. So, dann geht nichts. Haben wir geschafft. Geht's jetzt auch weiter. Sorry. Sorry, wenn man das kommentiert nicht spielt. Ne, ist ja nur ein Weekly Event. Ach so. Es gibt ja noch die kompletten Solos, wo du auf Expedition klicken musst. Ja. Ist ja nur diese Weekly Mission. Ach du Scheiß. Du hast ja doch hier einen, Jaff. Da war noch Muni, ne? A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-X. Ja, du hast ja noch einen clotheslaut und ich glaube, nicht hier. Ach so... Entschuldigung. Ah B-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T. Mein Mann hat die beiden anderen, ja. Töter, du hast ja noch einen... Töter! Da sind wir schon. Scheiß. Ich bin jetzt bestimmt... Oh, du bist da, du bist da. Oh. Oh. Oh, wow. Alter! Oh shit! Ich hab keine Money mehr. Hä? Hier kommen so fliegende Fische, Vorsicht! Ah, stimmt so. Ich hab sogar noch... Da geht's, Money. Kann man da durch? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Nehmen die hinter dir! Oh! Ich hole mich raus! Ich hole mich weg! Hüte! Ja, Schienen kann man ruhig auf alles. Das ist eine gute Frage. Man kann die nicht abbauen. Das ist eine gute Frage. 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 Schieß dich nicht auf Rucksack, Alter. Das wäre die Ulti natürlich wichtig gewesen. Das ist eine gute Frage. Meine ist erst bei 35 Prozent. Das ist erst bei 35 Prozent. Oh mein Gott! Da ist ein Mega Sniper! Wo? Da oben! Ich hab mich zu viel weit vor gewagt. Oh shit! Oh mein Gott! Vorsicht, da ist was! Dicke Kopf! Ich bin tot! Ich bin tot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Achso! Die zeigen immer an, wo dieser gegenlande sind. Ja! Scheiße! Oh oh! Ja okay! Das war's! Du darfst nicht in dem Bereich sein! Das ist so schief! Vorsicht! Ja! 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 Kannst du mich schneller holen? Ich weiß nicht wo du bist! Ich lieg hier vor dir! Allein vor dir! Oh! Ach da! Ja! Pass erst mal auf deine AP auf! Nein! Hinter dir! Weg! Ah! Ich dachte du es schaffst! Ja! Aber das geht auch nicht zu zweit! Ja! Ja! Aber das geht auch nicht zu zweit! 20 Sekunden wieder! Er darf nur nicht sterben! Das schafft er nicht! Oh oh! Oh oh! Ach! Vielleicht noch einer AP! Wie viele Sekunden bei dir? 5! Oh! 2! Ja aber so ein Ding ist genau in meiner Fresse! Komm ich schnell hoch? Ich bin bei ihm nicht! Ich bin bei ihm gespawnt! Wir kommen langsam so kleinere an! Mein Gott! Es ist gut! Es ist smart! Holt ihr dich? Ja! Ich bin wieder da! Na endlich! Genau! Auf den Bucksack schießen! Das ist ja für die Munition! Ja! Ich war hier so! Ey! Ich bin fest! Hallo! Hallo! Ey! Ich lecke! Ich lecke! Ich lecke jetzt! Boah die Geile! Da kommen schon! Alter sie sind gekocht! Ja! Oh! Sniper! Jetzt rein hier! Oder auch nicht! Oh! Was soll ich denn jetzt? Da kommt so einer! Dann habe ich mal kurz zerlegt den Jungen! Okay! Wir haben noch einen HP! Okay! Ich habe auch nichts mehr! Wo seid ihr alle? Ja warte ich habe ihn wiederbelebt! Erstmal weg! Erstmal raus wieder! Null Munition! Null! Nur noch Revolver ein bisschen! Ich muss mich gerade hochheilen! Ich habe noch 11 HP! Hier! Hier! Nur die Gisse! Boah! Schreck! Kannst du die Wand da aufbrechen, Digga? Ja! Äh! Okay! Das sind halt deine! Das ist zu der Konsulte! Ey da! 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 nein ein ap ich rede zu dem contract wo er ist das ist nochmal Muni das markiert hab helf mir mal mit dem Tafinia ne weg da wo ist man ihn? da hier vorne ja wo denn? hier da hinter dir ist Cyber du war tot ja immer auf den Rucksack knallen ja ja wie lange geht das das ich hab auch mal ult hier 0-7 wie lange soll dann der normale Strollmus gehen? keine ahne ich darf mal mit dem da nicht oh da ja da 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 ja da ja 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 Ja, geil. Ich kann mal denen entlassen. Oh mein Gott. Ah ja, ist gerade... Es ist gerade die Bühne, die können nur die kleinen Türen. Oh mein Gott! Hä, meine Maus links und rechts? Ja, muss ich drauf. Oh mein Gott. Schießt sie auf die kleinen? Ja. Jetzt wieder auf die Note. Ja, jetzt wieder auf die Note. Ja. Oh mein Gott. Ich bin tot, aber ich heil mich selbst. Das andere Boot, ich unterstütze mich nicht. Ich geh mal ganz an die Ecke hier. Ja, genau so ein Ding hat mich gebrochen. Ich liege hinter die Übe. Ja. Ja. Wenn sie gerade nichts macht. Ja, ist es hier doch wohl. Alter. Ja. Oh, klar. Kommt er weg. Renn, renn, renn. Ich will meinen Moni holen. Hat er dich jetzt doch gefickt? Ja. Warte, ich glaube gleich mein Ding, dass ich das selber holen kann. Hier. Hier. Jetzt kommst du gleich wieder. Nein, ich bin wieder tot. Ja, das reicht. Ihr müsst es machen. Jetzt geht mir mal kurz dran. Leise hätt, leise hättest du mich jetzt. Nein, ich will mich heilen, bekämpfen. Ich will mich denn überleben, ich komm irgendwann wieder. Lauf, 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 lauf weg. Ganz im Gipschel. Ja, auf der. Hä? Das war ein Problem. Doch mal von vorne. Wir können das kaputt schießen. Es ist wieder... Ich muss mich klein einfach nicht mehr tun. Ich glaube, das ist total, glaube ich. Ja. Ich schieße auch die Züge. Ja, wieder unverwundbar. Ey, ey, ey. Oh mein Gott. Meine Drohne holt ich gleich. Nee. Keine Schutz. Das muss ich sagen. Ich muss dahinten bleiben eigentlich. Ich muss hier auf dem Haufen sein. Ja. Aber das ist gut. Ich hab sie gleich. Nee, noch ein bisschen. Jetzt können wir uns leider nicht holen. Ja, aber es ist fast dauernd. Nein. Nee, keinen Schutz. Weil sie ist fast so... Ich hab meinen Ulti auf alles geknallt. Ach, die Säden. Ja, das schafft er nicht. Da muss ein Tor in ein. Nee, kann er nicht. Er ist der Tod. Die Gäste. Das ist ein Zeichen, wenn wir eben waren. Das war jetzt auch nicht. Kann er nicht. Ah, nee. Ach, er hat es unverwundbar. Er hat es unverwundbar angekommen. Ich hab sie gleich. Ich bin sofort tot. Oh, das ist nicht so fast. Das ist mir leider so. Egal, überlebt. Überlebt. Ich komm ja wieder. Digga, was macht sie mit mir? Tot. Wir haben sie. Oh. Wenn sie jetzt noch weitergehen. Es ist einverwundbar. Haben wir auch keinen Schutz? Ja. Das war sie 10 Krits auch. Ja. Da war ich nicht heiß. Da war ich nicht heiß. 70 Kills. Guck mal, er ist nur einmal gestorben. Ich bin fünfmal gestorben. Aber ich hab 13 Mal wieder. Ich bin auch nur einmal gestorben. Lull, 1000 Medaillen. Das war echt gut. Lull, ich hab nur 100 Silber bekommen. Oha. Ey, aber man levelt echt. Lull. Die Waffen auch. Ja, aber ist nur ein Level, noch nicht mal. Ja.